So, wir kommen wieder bei einer Mission Falls End, die wir wirklich erst am End machen wahrscheinlich. Weil wir immer was dazwischen machen. Wow, Alter. Voll erwischt. Bär, Bär, Bär. Kann man den überfahren einfach? Sicher. Kriegst du aber nicht so viel. Oh, der hat jetzt überlebt. Nein, ist wurscht. Fahr einfach weiter. Man kriegt eh nicht so viel für einen totgefahrenen Bären. Fünf oder so. Hab ich bekommen. Ah, da haben sie gesagt, schnelles Geld machen wir mit Jahren. Ja, hab ich auch gehabt. Ja, sicher. 150 oder so. Okay. Ich hab für irgendwas 180 gekriegt. Ich hab da genau drauf und sprach. Ich hab da genau drauf und sprach. Was machst du? Aber es ist gut, dass du die Fahrgleichsteuerung verbessert hast. Ist das vielleicht auch aus dem Posten? Nein, das ist keine aus dem Posten. Das ist ja so ne... Das ist aber ein... Das ist aber ein... 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 Stationäres Gewehr. Ist gar niemand. Kastor zum Plündern. Da oben am Silo ist irgendwas. Oh, ich weiß nicht, wie komm ich hier hoch? Oh, da muss man Silo in die Luft fliegen lassen, glaubst du? Ich glaub schon. Warte. Ja. 100%. Boah. Fehl. Jetzt. Das sind Feinde. Auf Hanzo! Auf Hanzo! Auf Hanzo! Oh, ich wirf immer mein Gewehr weg. Das nervt mich so beim Plündern. Irgendjemand hört sich auf. Das ist nervig bis jetzt. Gut. Ah, 125 waren jetzt. Eigentlich könnten wir wirklich zu Fuß weiter gehen. Wir könnten quer durch die Wildnis gehen und vielleicht finden wir Tiere. Mhm. Hinter dir zum Beispiel. Wildschwein, Wildschwein! Oh! Boah! Oder? Ups! Oder wenn wir da jetzt so quer verleihen gehen? Ja. So wie da unten. Einen Schuss und das ist nicht tot? Wie gibt's das? Da ist jetzt tot. Da haben wir eins. Ich suche mir einen besseren Winkel. Ah. Das cool ist, dass da beide blinden können. Mhm. Sei vorsichtig, wenn du dich vor uns entnäherst. Die Sekte hat die ganze Stadt unter Kontrolle. Was ist das, oder? Du musst Marion Jerome retten. Und dann tritt den Päckis ordentlich in die Eier. Da vorne ist er schon, gell? Schaut so aus, ja. Unterwegs! Guck mal, da hinten ist irgendwas. Wie ein Waffenzeichen. Würde man wahrscheinlich kaufen können. So. Einen Händler. Ah, da ist was. Plündern. Rucksack plündern. Genau. Verkaufen, verkaufen. Von hinten. Eine Lektion fürs Leben? Bist du interessiert? Oh. Ich habe eine Ange. So, ich habe das falsche gekauft, aber macht nichts. Oh, da gibt man wohl wenig Geld wirklich. Schau, ich kann ageln. Ah, Heiros war dann abgeschlossen. Minuten im Coop. Oh, drei Vorteilspunkte erhalten. Ich habe was. So, ich habe deine Lektion fürs Leben. Bist du... Hast du den jetzt getötet? Ich muss mal schauen, ob das geht. Ich glaube, das geht. Ich kriege den Fisch nicht. Das kann ich so leicht so einen Fisch fangen. Oh, Regenbogenfreude. Das ist aber cool. So kannst du dir sicher auch was verdienen. Hast du auch eine Angel bekommen eigentlich? Hm, die ist jetzt nimmer da. Ob ich es bekomme, noch weiß ich nicht, aber... Kann man auch verkaufen. Und ich habe sogar einen Punkt bekommen. Wieder einen Vorteilspunkt für Regenbogenforelle. Und drei für... Genau, drei für Coop. Genau. So. So many Errungses. Ah, das ärgert mich, dass ich das so verwechselt auf dem Chart-Dampfer. Nein. So. 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 Wow, wo bist du? Ich habe hinten was geschaut wegen meiner Waffen. So Leute, die erste gemeinsame Mission. Okay, Vorsicht, gell. Du weißt, ich rusche nie in solchen Spielen. Genau deswegen. Und du bist kein Schalldämpfer. Ja, das ist ein bisschen euch. Wir bräuchten eine hohe Position zum Beispiel, wo wir schauen könnten, wo sind Gegner. Oh, ich habe eine Raubkarte zugehört. Pass auf, dass sie sich nicht angreift. Wenn sie nicht im Tiefig ist. Die werden sicher vor der Kirche stehen. Ich bilde mir an. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Oh. Da oben ist ein Dach. Wo ist ein Dach? Ja, da ist eine Leiter und da ist ein Dach. Warte mal. Da kann man rein. Nein. Soll ich aufs Dach drauf? Oh. Da war auch einer. Okay. Das sind jetzt viele. Es gibt so viele Ladern hier. Luftunterstützung ist unterwegs. Oh, Luftunterstützung. Ich brauche ein bisschen Deckung. Ja. Das da hinten ist zu, haben wir einen Boss nämlich an. Oh, ich bin tot. Brauche dringend Hilfe. Oh. Also ich muss sagen, die Vision habe ich versaut. Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass er am Dach stehen könnte. Man, ich treffe dann nichts. Nein, der ist ein bisschen bossmäßiger, glaube ich. Drum. Ja, ich zeig den VIP. Also du bist schon unten? Schon befreit? Ja, was glaubst du? Oh nein, genug Gegner. Das war ein Flugzeug. Zehn Gegner. Schon befreit. Erste Mission, zehn Gegner am Flugzeug. Schon befreit. So. Das wäre ein Wasserturm gewesen. Das wäre taktisch, glaube ich, Flug gewesen. Zum Erkunden. I. Ah. Yes. Ja, aber das ist die erste Mission. Wir lernen. Oh, der Revolent. Er wischt alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Kummer, noch Weinen, noch Schmerz. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedenken des Friedens. Und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft. Und Hoffner. Oh, der Revolent. Ich sage nicht, ich kenne Gottes Plan, aber ich erkenne etwas Gutes, wenn ich es sehe. Du machst dir langsam einen Namen, Deputy. Und du bist seit langer Zeit das erste Gute, das diesem Tal wiederfährt. Etwas Hilfe? Willst du dir den Hals brechen? Eben dachte ich noch, das wäre eine gute Idee. Ich dachte, Edenskate hätte das alles konfisziert. Was für eine Fairgrave wäre ich denn, wenn ich kein Geheimversteck hätte? Er war der Beste. Dieser Stadt hat viel durchgemacht, Herr Beauty. Wir schulden dir Dank, aber... Ich weiß, du suchst nach deinen Leuten. Aber Fakt ist, du bist nicht der Einzige, der Hilfe braucht. Der Pastor und ich schaffen das nicht alles. Wenn du uns zur Hand gehen könntest, werden wir uns revanchieren. Was sagst du? Oh, Mary wird dich hier gut verstecken. Wenn du die Gelegenheit hast, dann komm zur Kirche. Ich warte dort. Na dann. Gemeinde befreit. Du hast sicher noch immer nicht genug Money. Nein. Bei weitem nicht jetzt. Du hast es blöd gemacht, dass ich das jetzt so verwechselt habe. Und die Leute sind jetzt auch nicht mehr dort. Die Haberer. Jetzt kann man hier. So, da ist einmal Munition. Ist da da Munition hochgekommen? Dafür hier? Hier kann ich Autos kaufen. Wo? Echt? Du hast doch über viel Money, wahrscheinlich. 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 9.000. Das ist cool. Das ist ein gutes Extra. Die wirst du upgraden können und dann... Oh, geil. 70, 180, 100. Ich verkaufe mal... ...die Sache. Ich habe neulich ne Klapperschlange gehört. Ne, ich habe jetzt 642. Bitte komm her und hol dir das Geld. Onkel Alex hat uns was besorgt. Nein, nicht, nicht, nicht reinkommen. Nicht. Verdrückt, Entschuldigung. Da, 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 da. Wo? Hinter dir. Wo ist Kohle? Hinter dir. Da. Oha. Du musst ihn dabei nicht kaufen, den Vorteilspunkt. Beim nächsten... Dafür schauen wir, dass wir ausgeglichen das machen. Okay. Also vielleicht den nächsten Vorteilspunkt, der auf uns was bringt, dass du den nimmst dann. Mhm. Und fünf war jetzt schon hart. Aber meint's ja wurscht. Was war hart? Da zum Beispiel, dass die fünf Punkte jetzt. Fünf Punkte ist viel halt für... Jetzt hast du 1000 100, aber wenigstens... Also ich habe 1000 100. Wie viel du hast? Weint nicht. Ich habe auch 1173. Ich habe vier Vorteilspunkte. Ja, ist wurscht. Vielleicht, falls wir irgendwas finden, was wir dann noch brauchen. War nicht. So. Jetzt haben wir eigentlich nur Nebenquests. Flinke Finger, Herstellungsabotage, Sprengfallen, Alarmmanipulation und Safeknacken werden beschleunigt. Na jetzt. Wir könnten zum Pastor gehen. Zum Pastor. Wo ist er? Mhm. Dort. Kirche nehme ich an. Kirche. Mhm. Weiter gesagt, er hat was für uns. Ja, wir haben auch vier, fünf Nebenmissions und so jetzt schon gesammelt. Auf dem Weg, also... Ich bin froh, dass du noch mehr tun willst. Wir brauchen dich. Wie du sehen kannst, sorgt John Seed dafür, dass viele Menschen leiden. Und ehrlich gesagt, wird mir das zu viel. Diese Menschen brauchen mich. Ich trage die Verantwortung für sie. Aber das heißt, dass es immer schwerer für mich wird, Kontakt zum Widerstand zu halten. Falls du die Gelegenheit hast, sieh mal im Osten bei unseren Leuten auf der Woodson Schweinefarm vorbei. Ich habe schon ein paar Tage nichts von ihnen gehört. Das macht mir Sorgen. Wir können es uns nicht leisten, auch nur einen unserer Kämpfer zu verlieren. Na gut, haben wir auch eine Story-Mission wieder. Aber wie du sagst, Nebenmissionen haben wir auch. Ähm, ja. Aber wo haben wir welche? Nee. Ja, die... Nee, der gute Samuriter ist 1300 Meter in fact. Also sie sind alle über 1000 Meter, glaube ich, die Mission. Ah, ich weiß schon, die Missionen da. Klatschnixen haben wir. Was ist Klatschnixen? Oder was meinst du? Silo ist da? Was? Wo bist du? Oder was meinst du für Missionen? Oder meinst du diese ganzen Hauptmissionen? Ray... Ryan Sons... Aber er hat der Land of God... Kirche... Oder meinst du die? Oder was meinst du für Missionen? Wo bist du? Auf der Karte bin ich jetzt. Achso, du bist auf der Karte? Ich bin ja bei den Missionen... Beim Logbuch. Bei den Missionen. Ah, da kann man auch auswählen. Ja, da sind alle aufgelistet. Die war zunächst so. Ich denke mal, was? Ja, wir haben zum Beispiel... Der Charge Elch voll geil und schneller. Schneller und... Passt du. Wobei wir kriegen... Ja, die Hauptstory Mission. Passt du. Der gute Samariter. Da kriegen wir halt nur Belohnung... Den Widerstandspunkten. Und bei den anderen kriegen wir ein bisschen Kohle. Bei welchen kriegen wir Kohle? Ja, oh ja. Ein ganz Nebenquest. Ja, dann machen wir mal die... Die Charge Elch, oder? Der ist am nächsten, ja. Ja. Ja, aber das werden wir nächstes Mal machen, Leute. Gut. Bis dorthin. Haut rein. Mach's gut. Ciao. Ciao. Baba.